Campus der Generation, ja super, total toll, finde ich super. Dieser Film dokumentiert den aktuellen Stand bezüglich dem Bau des Campus der Generation. Er baut auf den Film Mensa in ein Danke auf und zeigt die Weiterentwicklung des Projektes. So kamen wir zu dieser Idee. Wir haben uns mit dem Bau der Mensa viel vorgenommen, aber so wie es jetzt ist, kann es nicht weitergehen. Mensch, eigentlich haben wir doch schon neuere Informationen. Wie mehr ist denn bei einer Freundin da drüber drin? Ja, super, los geht's. Gesagt, getan. Das Projekt der Mensa hat sich zum Campus der Generation weiterentwickelt. Hier in der Schule hat alles angefangen. Unser Schulleiter, Herr Pabisch, stand dem Projekt erst skeptisch gegenüber. Warum waren Sie zu Beginn so skeptisch? Ich war skeptisch, weil mich die Dimensionen damals ein bisschen geschockt haben. Mir war klar, dass das ein Billionending wird und dass man das in so einer Stadt wie Schwanen schwierig umsetzen kann, war mir schon klar. Mittlerweile hat sich das Ganze zu einer Art Selbstläufer entwickelt und ich bin sehr optimistisch, dass es klappen kann. Auch dem Bürgermeister haben wir schon von unserem Vorhaben berichtet. Die Stadt hat als Schulträger die Aufgabe, die Essensversorgung zu organisieren. Heute haben wir wieder ein Gespräch bei dem Bürgermeister Herr Schauer. Berichten Sie doch einmal selbst, wie Sie auf unser Projekt aufmerksam geworden sind. Na ja, das Projekt ist ja durch die Schule an mich herangetragen worden. Es ist ja ein Missstand aufgezeigt worden, dass die Essensversorgung bei uns in der Schule nicht so berühmt ist. Von daher sehe ich das als Schulträger auch als meine Aufgabe, euch da zu unterstützen. Heute wollen wir noch besprechen, welche Hürden wir noch bewältigen müssen. Können Sie uns kurz darüber aufklären? Ja, also Hürden sind es weniger. Es ist im Grunde genommen ein ganz normales Projekt, das mit europäischen Fördermitteln gefördert wird. Und das muss ordentlich und vernünftig auf- und abgearbeitet werden. Das ist dann die Aufgabe der Stadtverwaltung. Und da werden wir die notwendigen Schritte dann Stück für Stück einleiten und vorbereiten und ausarbeiten. Super, das hört sich schon mal gut an. Aber nicht nur wir als Schule haben Vorteile durch dieses Projekt. Auch der Seniorenclub würde in dieses Gebäude übernommen werden. Um einige Wünsche aufnehmen zu können, kooperieren wir schon lange mit ihm. Auch heute steht wieder ein Gespräch an. Nach einer freundlichen Begrüßung beginnen wir mit dem Gespräch. Wie gefällt es Ihnen hier im Seniorenclub? Viel zu dunkel. Es ist einfach nicht freundlich genug. Es ist... Also die Barriere vorne ist schon manchmal ein sehr großes Problem. Man kommt rein, der Flur ist schon so... Ja, es ist so. Auch die ältere Generation möchte gemeinsam Veranstaltungen, zum Beispiel Weihnachtsfeiern, durchführen. Aber die jetzigen Räumlichkeiten sind dafür nicht geeignet. Beispielsweise ist die Küche für gemeinsames Backen zu klein. Vor kurzem stellten wir den Senioren das Projekt vor. Ich glaube, sie können besser berichten, wie es angekommen ist. Die Senioren waren total begeistert. Also die haben gesagt, super schön. Und also wir finden es gut. Was stellen Sie sich unter Campus der Generation vor? Mehr Generationenhaus. Also einer hilft dem anderen. Man kann bunte Veranstaltungen zusammen machen. Also ich finde es gut. Eine Veranstaltung, denke ich mal, wird immer viel offener und schöner, wenn Jung und Alter drin ist. Was haben Sie für Ansprüche an das Gebäude? Hell und freundlich. Also einen kleineren Raum, der gemütlich und knüschelig ist. Eine kleine Küche wäre super, weil wir immer einen gemeinsamen Mittagstisch machen. Einmal in der Woche ebenerdig. Barrierefrei. Barrierefrei, ganz wichtig. Das sollte wohl zu schaffen sein. Auch die Bibliothek soll hier ein neues Zuhause finden. Zurzeit befindet sie sich noch in einer alten Schießhalle. Des Weiteren soll in den Campus der Jugendclub aufgenommen werden. Dadurch wird es einfacher, zusammen mit der älteren Generation Erfahrungen auszutauschen. Ein wichtiger Kooperationspartner für dieses Projekt ist die Kunstmühle. Hier werden unter anderem Bilder von Künstlern der Künstlerkolonie ausgestellt, die in Schwanen stattfand. Einige werden jetzt sicherlich denken, Schule und Kunstgeschichte? Passt das überhaupt zusammen? Herr Brunner, können Sie sich die Zusammenarbeit bezüglich des Campuses vorstellen? Auf jeden Fall. Denn wir versuchen ja schon seit Jahren mit der Schule zusammenzuarbeiten. Haben es ja in einigen kleinen Sachen schon gemacht. Und es ist sicherlich eine sinnvolle Ergänzung. Was würden Sie gerne im Campus der Generation integrieren? Es gibt in Schwanen viele Freizeitmaler, die eine Plattform suchen, die Ausstellungsmöglichkeiten suchen, die auch Kursmöglichkeiten suchen, die wir sonst hier bei uns im Hause angesiedelt haben. Freizeitkurse für Hobbymaler, für interessierte Maler mit Anleitung von Profikünstlern. Und das könnte zum Beispiel da alles dann geleistet werden. Aber jetzt zurück zu unserem Grundgedanken. Wir wollen eine neue Mensa. Auch hier haben wir uns umgeschaut, wer hierfür in Frage kommt. Eine Antwort war schnell gefunden. Das A, I, Z, Schwan. Wie ist nochmal Ihr Leitspruch? Nur wenn man satt ist, dann ist der Körper auch fit, um zu lernen. Ich wünsche mir, dass die Schüler eine schöne Atmosphäre dann dort in der Mensa essen können. Und wir als Bildungszentrum, die schon über 20 Jahre in dem Bereich der Küche und in der Hauswirtschaft ausgebildet haben, würden dort gerne Essen kochen und dann auch Auszubildende dort auszubilden. Das Essen aus dem AOZ wird quasi gleich um die Ecke gekocht. Zur Zeit wird unser Essen noch 100 Kilometer über die Autobahn transportiert. Das AOZ soll den Campus aber nicht nur mit Essen versorgen. Es ist auch bereit, Projekte gemeinsam mit der Schule zu gestalten. Ich bin auch eine Hauswirtschaftsmeisterin. Und Hauswirtschaftsmeister haben in ihrer Ausbildung früher das Thema Konservierung gehabt. Und ich würde der Schule anbieten oder ich würde mich freuen, wenn wir ein, zwei Mal im Jahr Höhepunkte gestalten, was die Vorratshaltung von Essen betrifft. Zum Beispiel, dass wir ein Schlachtefest machen, dass wir vielleicht Leberwurst herstellen und dass wir einmal im Jahr Marmelade kochen oder Brotaufstriche kochen. Aber nicht nur außerhalb der Schule wird kräftig an dem Projekt gefeilt. Auch die kleineren Schüler haben so ihre ganz eigenen Vorstellungen, was das Essen in der Mensa am Campus angeht. Um auch ihre Ideen aufnehmen zu können, werden Projektstunden in den einzelnen Klassen durchgeführt. Was ihr dort so macht, könnt ihr ja mal selber erzählen. Also wir haben heute besprochen, wie die Mensa aussehen soll und welche Möbeln da drin sein sollen und wie die Tische gestellt werden. Und dann haben wir auch Bilder dazu gemalt und haben dann auch Teller gemalt, wo unser Lieblingsessen drauf ist. Dabei ist der Kreativität keine Grenze gesetzt. Am Ende können die Schüler ihre Ideen untereinander austauschen. Verbesserungsvorschläge gibt es fast immer. Natürlich kommen die Zeichnungen bei den Mitschülern sehr gut an. Einige haben aber auch einen Text über ihre Traummensa geschrieben. Aber auch Künstler haben eine Pause verdient. Außerdem macht so viel Arbeiten hungrig. Schnell die Jacken angezogen und schon geht es zum alten Essensraum. Aber wer weiß, vielleicht können die Schüler ja schon bald in ihrer Traummensa zum Mittag essen. Das ist der aktuelle Stand von unserem Projekt, der Campus der Generation. Wie sehen eigentlich die nächsten Schritte aus? Demnächst bekommen wir einen Besuch von zwei Architekten. Die stellen uns dann die nächsten Projektinwürfe vor. Aber das werden wir euch im nächsten Film berichten. Da, die bin ich. about toges? Dann gehen mit! Bist dupress? Formula dupress? Du hast du Canadians verteilt? Bist du mình mit scharing und gerät. Vielen Dank.